Eine gute Führungskraft in der heutigen Zeit, wo sich vieles beschleunigt, zeichnet sich dadurch aus, dass man eine Symbiose mit Technologie eingeht, dass man Augmented Intelligence betreibt, dass man versucht, Tools einzusetzen, die die menschliche Intelligenz besser machen, dass man quasi den Mensch empowert mit den neuesten Technologien. Das ist für mich Digital Leadership.